Immobilien, Privattanzkurse in Bingen. Hier geht es um Ihren Tanzerfolg, also darum, dass Sie tanzen lernen im Umkreis Bingen über einen eigenen Privattanzlehrer, der zu Ihnen nach Hause in Ihre Immobilie kommt und Ihnen eine große Unterstützung ist beim Thema Tanzen lernen. Wunderschönen guten Tag, Ihnen seien Sie gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne sage ich es auch Ihnen, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Denn hier geht es also um Ihren Tänzerischen Erfolg. Wenn Sie sich vorstellen können, von mir, dem ADETV IHK World Dance Concil Gütesiegel ausgebildeten Privattanzlehrer, Tänzerische Unterstützung zu holen, zu sich nach Hause in Ihre Immobilie, wenn das für Sie eine Lösung sein kann und interessant ist für Sie, dann der Vorschlag an Sie, lassen Sie uns in Kontakt kommen über das Kontaktformular oder die Möglichkeit des Telefonats. Hier auch meine Empfehlung. Die Empfehlung, lassen Sie uns telefonieren auf die Nummer 0176 840 44 661.